Wir werden alle sterben! Es sind sehr viele! Ich bin down! Pumpcheck wieder in der gleiche Richtung... Stelle! Ich bin down! Ja, es ist auch wieder mehr oder weniger die gleiche Hülle. Nein! Ich höre euch! Okay, ich bin doch nicht weg! Ja, wir waren einfach nur leise! Wir haben dich verwirrt! Ja! Aber hast du zwischen einem down und ich höre euch noch was gesagt? Nein! Gut! Weil das hätten wir nämlich auch... Das hätte zumindest ich nicht gehört! Äh... Alternativplan... Decks... Grab doch mal hier durch! Hier so schräg runter! Schräg runter, was ist da? Schräg runter, was ist da? Ah ja! Der Pumpcheck und wir brauchen ja diesmal nicht hinten durchgehen und... Ja, 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 ja! Ich hab da schräg runter... Aber du sollst nicht... Äh... Äh... Okay, vielleicht war das... Ähm... Grab hier vorne nochmal schräg runter oder so! Ja... Ja... Ja, ein Fahrrad runter nochmal durch oder... Irgendwie sowas! Da müsstest du eigentlich da unten ankommen... Ja, es ist besser! Bisschen! Ja... Ja... Jetzt kannst du theoretisch von hier unten wieder schräg hoch... Ha! Ha! Kann ich! Dann sparen wir uns nämlich, glaube ich, die Plattformarbeit... Jo... 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 Ju... Jo... Jo... Ich hätte nur gedacht, wir fixen mit dem hier an, aber mit dem 2 an dem Teller. Ich hab einfach nur Geiz genommen. Und jetzt? Müssen wir da irgendwie drüber. Na komm, ich hätte doch gerade irgendwo... Ach du Steep, ja gut. Der Ludmark schiebt mich durch die Gegend. Der will dich auch mal umregen, nicht nur andauernd wie ihr sie... Der will nur kuscheln. Mit der Spitzhacke. Ihr habt ja komische Definition von Zärtlichkeit. Ja. Ich bin ja nicht bei mir. Hier wird nicht gegruschelt, hier wird gegrupst. Aber was? Hier wird was? Hier wird nicht gegruschelt, hier wird gegrupst. Ah, gut. Ah, fliegen, 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 fliegen. Bin down. Okay. Okay. Ungefähr sieben oder acht fliegen. Dex, du hast Probleme. Na, ah. Ja, die hab ich einfach mal instant gekillt. Hm. Sag ich doch. Ich konnte mich nicht mal so schnell umdrehen. Ja, und sonst wo? Liegt sich gut hier. Ja. Ja, ja, ja. So, wo haben wir denn Dexie? Der ist, äh, da irgendwo. Liegt da, wo dieser, dieser Schraubenschlüssel in der Luft schwebt. Bam! Ja, ja, jaaa. Genau. Vielen Dank! Gold. Bleib, bleib verbunden. Oh, gold, voll. Folgen sich der Pipeline. Am Ende der Pipeline wird Ihnen geholfen. Vielen Dank. Du machst jetzt wieder das Gleiche. Nein. Weil sich alle beschwert haben, dass das blöd war, mache ich es jetzt nicht. Ich habe mich nicht beschwert, aber es war kacke. Also mache ich jetzt einen Parallelbetrieb. Oh, parallel. Soll ich ihn wieder serialisieren? Nein. Erstens gab es parallele Leitungen, dann gab es serielle Leitungen, dann gab es den universellen seriellen Bus. Oh Gott, hier ein scheiß Tricksfiecher. Was? Wo? Wo? Unter mir. Ich konnte nicht weglaufen, weil ich jetzt im Loch gefangen war. Ja, ja, das böse Loch. Das kennt jeder. Äh, das war zu viel Schaden auf einmal. Was macht ihr da eigentlich? Das weiß ich auch nicht. Du hast halt das im oberen Ende vom Gleiche Loch, glaube ich. Alter. Nee, ich bin ungefähr in der Nähe. Ich war mitten bei der, beim Pipeline-Bau und dann... kamen halt 15 Viecher auf einmal. Gefühlte. Eins habe ich noch dazu bewegt, für mich mitzukämpfen. Ja. Ein paar Viecher habe ich hier noch. Ja. Timber! StudiVZ ist aber auch nicht mehr. Das stimmt. Ah, ja. Hat es Elon auf StudiVZ gekauft? Oh, bin auch tot. Habt ihr jetzt davon. Team, Team, you're almost through the wave. Ich kann offensichtlich wenigstens mal laufen. Mördermäßige Kopfschmerzen. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, also, äh, das war dann wohl nichts. So, wer den schönsten Schlepper? Warte, ich geh mal gucken. Zeig mir, was ich anhaben. Tijor? Tijor, okay. Schwarz-Weiß Tijor. Hat hat. Paketchen drauf. Oh. Ja, schick. Und du hast, du hast Herzchen. Weißt du, und Herzchen. Ich bin hier auch der Nette. Dafür hast du auch den Helm auf. Ja. Okay, Blacky lässt also im Bett immer den Helm auf. Verstehe. Ja, wisst ihr Bescheid. Party-Dwarf. Was steht bei dir? Drinks too much, drinks too much. Okay. Was? Was? Submerged in Alkohol? Hab ich verstanden. Ja, man kann es kriegen. Wie war das mit nettem kleiner Bruder? Ja, das ist ja. Wollen wir noch eine kurze machen? Oder? Können wir so tun. Machen wir noch eine kurze. Ja. Okay, Deep Dive. Hier. Kommt. Oh, okay. Mit Magthera-Plague. Na toll. Ich sag doch eine kurze. Ich hab nicht gesagt, warum sie kurz ist. Du weißt, du bist nicht bezahlt. Geh zu arbeiten. Sehr viel besser jetzt. Ja. Red Rock Blaster. Ja, dann. Blastern wir doch mal. Komm schon, ihr ladeer Lade. Wir haben einen Job zu tun. Dropsequenz initiiert. Flasten die Sitzbälde. Ich würde dir jetzt einen Flashlight entgegenwerfen, aber ich hab grad keins. Die werden jetzt auf dem Weg nach unten verteilt. Oh, Dexter fällt rein. Und auch Jova wird's wahrscheinlich auch interessiert. Über die Stellaris-Rasse habe ich ja ein wenig geschimpft, dass ich sie nie wieder spielen will. Spielst du wieder? Ich hab festgestellt, äh, das war die erste Rasse, die ich gespielt hab, als wir die Admiral Challenge gemacht haben. Ich hab dich nicht so gesehen, ich hab dich da auf dem Weggeverten. Vielen Dank.